Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen TechnikVT-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum 65 Zoll großen Fernseher von LG mit NanoCell Technology. Das Gerät habe ich jetzt locker vier volle Wochen im Einsatz gehabt. Ich habe da so viel drauf geschaut wie möglich. Die großen Serien der letzten Zeit, Filme, ich habe meinen Rechner dran angeschlossen, aber auch meine Spielekonsole, die Xbox hing dran, ich habe drauf gezockt. Ich habe aber auch drauf YouTube geguckt, Netflix, Amazon rüber gestreamt. Also ich habe so viel versucht, auf dem Gerät zu gucken wie möglich. Es war eine harte Zeit, aber ich habe das sehr gerne gemacht. So und jetzt fragt ihr euch, du Faultier, Moment, du hast doch gerade erst wahrscheinlich, wenn dieses Video hier online geht, erst vor zwei, drei Tagen das Unboxing hochgeladen. Ja, das kommt daher. Jetzt startet LG mit dem Fernseher gerade erst so richtig in Deutschland. Ich glaube, jetzt startet auch eine große Marketingkampagne oder sowas. Und deswegen haben die gesagt, du Faultier, bring bitte das Video erst dann. Und, das solltet ihr auch wissen, ihr wisst es, Transparenz, den Fernseher darf ich behalten. Das ist eine Dauerleihgabe, aber ich meine, so war das hier bisher bei den Dingern immer. Und keine Angst, ich darf hier aber sagen, was ich möchte. Das hat LG auch gesagt. Erzähl einfach, wie du das Gerät findest. Und mit dem Fernseher, ich habe noch keine Ahnung, was wir damit machen, aber ich kann so viel versprechen, wir machen wieder eine coole Aktion, wie wir das eigentlich immer machen, wenn wir sowas haben. So, ich erzähle jetzt einfach mal ganz kurz der Reihe nach. So nach dem Motto, Gerät von außen, Design, das Wichtigste, wie ist das Bild, aber auch genauso wichtig fast, würde ich mal sagen, der Ton. Und wie ist das mit der Bedienung? WebOS, mein erstes Gerät mit WebOS, wie ist da die Geschwindigkeit? Da hört man ja einiges. Wie ist das hier mit der LG Fernbedienung, mit Point and Click? Sehr cool, das verrate ich schon mal. So, aber der Reihe nach. Gerät, ich habe es ja aufgebaut. An dieser Stelle noch mehr danke an Dani fürs Helfen. Und das ist so, dünnes Panel, 65 Zoll. Mein Tipp, baut es zu zweit auf. Gerade wenn ihr den Standfuß anschraubt. Mit dem Standfuß braucht ihr auch ein bisschen Abstand von der Wand. Denn der steht nach vorne ein gutes Stückchen über, weil sonst wird der Fernseher kibbeln oder wackeln. Deswegen rechte mal so von der Wand so locker, sagen wir mal so 30, 35 Zentimeter solltet ihr da schon Platz haben. So viel ragt der Fuß dann in den Raum rein. Natürlich kann man den Fernseher auch an die Wand dübeln oder mit so einer Halterrichtung, Vorrichtung. Dann ist das natürlich noch mal schöner. Aber das als Einrichtungs- und Aufbauhinweis. Anschlüsse hat das Gerät in meinen Augen genug. Nummer eins, Signale. Ich meine, Kabel, DVB-T2 oder Satellitenanschlüsse sind vorhanden. Das ist ja eigentlich heutzutage auch ganz normal. Ich habe vier HDMI-Anschlüsse. Neben WLAN habe ich auch Bluetooth 5.0. Und ich habe noch einen Netzwerkanschluss. Weil ich persönlich denke, wie man Fernseher oder Internet auf den Fernseher kriegt, ist heutzutage gefühlt schon wichtiger. So, auf jeden Fall damit und auch vom Rahmen um das Gerät herum bin ich total zufrieden. Und Preis habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Bisher oder gerade jetzt gibt es erst zwei Händler, die den in Deutschland führen. Der eine hat den jetzt mit 2.000 Euro. Ich denke mal, das ist der normale Startpreis. Der andere hat den schon für 1.900 Euro. Das sind natürlich Ansagen. So, und jetzt sagt jeder, jetzt machen wir die Bildkategorie, ja, für ein OLED-Display von LG, die musst du das hinblättern. Nein, NanoCell IPS ist das Display. Das ist kein OLED. LG kann auch, ich sage mal, IPS-Panels. Und das NanoCell-Dingsbums, natürlich ist NanoCell jetzt hier der Marketing-Name. Andere Hersteller haben auch andere Namen für das. Aber grundlegend ist es ein IPS-Panel. Und ich bin, aber es ist ein verdammt gutes Panel. Von der Bildqualität bin ich da echt von angetan. Und LG wirbt damit. NanoCell soll halt die Vorteile haben. Es ist hell. Ich habe dann Verschiedenes an Local Dimming. Die Schwarzwerte sollen trotzdem sehr gut sein. Und das, womit sie richtig werben, sind die Blickwinkel. Egal, wie schräg ich drauf sitze. Gut, klar, wenn man alleine auf der Couch sitzt, sitzt man natürlich schön mittig. Aber größere Runde oder man sitzt über der Eck. Oder Leute kommen, man holt die Stühle oder die Sessel raus. Und so viel ist, kann ich sagen oder bestätigen, auch wenn ich da problemlos schräg von der Seite drauf gucke. Das ist was, da müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr eure Gäste dann daneben hinsetzt, wenn ihr nicht selber auf den Sessel von der Seite gucken wollt. Keine Angst. Da sieht man auch von den Blickwinkeln von der Seite absolut okay. Also das ist was, passt. Also Blickwinkel, passt. Farben, Kontrast ist auch, wo ich einfach nur sage, ist ein saugutes Panel. Also ich gucke sehr gerne drauf. Und ich bin ja jemand, egal was wir bisher hatten, das waren alles IPS-Dinger. Das waren keine OLEDs. So, und da muss ich einfach sagen, vom Farben, was ich jetzt einfach zehnmal gesagt habe. Ich sage das nämlich so deutlich, weil es gibt eine Sache oder zwei Sachen. Nummer eins, das Bild oder der Fernseher reflektiert so ein bisschen. Es ist nicht komplett matt. Reflektionen von der Lampe oder sowas oder von draußen kann man je nachdem eventuell so ein bisschen sehen. Jetzt kommt aber direkt jedoch. Doch, das Ding kriegt einen riesen fetten Gummipunkt. Wenn ich es drauf anlege, das Ding ist der hellste Fernseher, den ich bisher hatte. Wenn ich hier die Farben ändere auf lebhaft, das ist Kategorie Sonnenbrille fast auf. Also das ist was, wenn einer, die OLEDs haben halt den Vorteil, wenn es schön dunkel ist, dann haben die wunderbare Schwarzwerte. Der hier kommt auch mit einem wunderbaren Schwarzpferd daher. Was weiß ich so, Game of Thrones, die Schlachter beim letzten Mal. Es sieht ja auch richtig, richtig schön drauf aus. In die andere Richtung, wenn es aber nicht dunkel ist, sondern richtig hell im Zimmer ist oder wo auch immer die Sonne reinkommt, während der zum Beispiel direkt am Fenster stehen haben möchte, der kann, wenn er die Helligkeit hochschraubt, richtig gut gegen Beleuchtung ankämpfen, dass er halt keine Reflektion mehr hat. Oder es ist eine hellen Umgebung, man braucht halt ein helles Bild. Das gebe ich dem Ding, also jetzt nicht ungesehen, aber halt einfach, weil ich es jetzt die letzten vier Wochen immer wieder beobachtet habe. Wenn man es darauf anlegt, das Ding wird richtig, richtig hell. LG wird bei dem Teil auch noch warm mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Klar, da muss man auch erstmal die Inhalte haben, damit man das überhaupt wahrnehmen kann. Netflix hatte jetzt ja auch schon die ersten Sachen mit Dolby Vision. Und das ist aber grundlegend ist die Sache, der Fernseher oder das Bild darauf ist nur so gut, wie die Quelle, mit der ihr kommt. Habt ihr geiles 4K-Material, dann sieht das hier toll aus. Kommt ihr aber mit einem SD-Fernsehbild oder Signal, da reißt auch der nichts. Natürlich macht er hier so ein bisschen Upscaling, aber gerade mit SD-Fernsehbildern, nein, das Ding braucht definitiv HD, um dann natürlich auch 4K damit noch was reißen zu können. Aber SD-Zeugs, da klipp und klar die Ansage, verbringt der auch keine Wunder. So, aber wenn ihr mit vernünftigem Material kommt, und egal, ob es jetzt die Streaming-Dienste, sei es YouTube, sei es Netflix, sei es Amazon, sag ich jetzt mal, holt ihr da die Blu-Ray dabei raus oder sowas, sieht das toll aus. Auch beim Zocken. Ich habe diverse Spiele auf der Xbox drüber gezockt, gar kein Problem. Sieht vernünftig aus, war flüssig spielbar, bin ich hin und weg. Was mir aber, ich will nicht sagen, besser gefallen hat, aber wo ich sehr positiv überrascht war, war der Ton. Ich glaube, wenn man da ins Datenblatt guckt, dann steht da irgendwas von 2.42 Watt. Piep drauf. Die Boxen in dem Ding oder das, was da in den Ton rauskommt, ist dicke ausreichend. Ich hatte hier zu keiner Zeit das Verlangen, da irgendwie Lautsprecher anzuschließen oder eine Soundbar dran zu packen. Nein, die Boxen in dem Ding reichen dicke aus. Also das war was, gerade vom Wechsel vom letzten Fernseher auf den hier, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, sage ich jetzt einfach mal. Also Soundmäßig, richtig schön. Also das, so, mehr kann ich dazu einfach jetzt nicht sagen. Ach ja, Softwaremäßig, vielleicht machen wir einfach den Wechsel zur Software rüber. Hier ist WebOS drauf. Da habe ich immer so Sachen gehört wie, ja, das wäre langsam. Nee, überhaupt nicht. Auch der ganze Fernseher von der Bedienung. Das ist von der Geschwindigkeit wirklich zügig. Ich wechsle auf Netflix, ich wechsle rüber sozusagen zu Amazon und das ist das, wo ich wieder, das ist meine Welt, wo ich einfach hin und weg von bin. Das ist einfach das, was ich, weil ich es am meisten nutze. Sowohl Netflix als auch Amazon haben eigene Tasten. Natürlich kann ich hier noch zwischen Eingängen wählen, wenn ich hier mehrere Sachen an den HDMI-Dingern habe. Ich kann hier auf die Home-Taste drücken, dann habe ich unten die ganzen Apps, sei es The Zone, dann da und nochmal Rakuten, YouTube und andere Dinge. Alles gar kein Problem und das Wechseln und das von der Geschwindigkeit hat es mir das Ding angetan. Wobei man da auch sagen muss, Netflix reagiert deutlich oder startet auch deutlich schneller als Amazon. Da habe ich keine Ahnung, ob es die Programmierung ist. Wenn beide Apps einmal gestartet sind und man da hin und her wechselt oder sowas, dann rennt auch Amazon. Nur beim ersten Start, da fällt das so ein bisschen auf. Und das zweite, was ist, Amazon unterstützt irgendwie so dieses Point and Click nicht. Da muss ich dann immer drauf, also ich habe natürlich nach wie vor so ein Steuerkreuz, wo ich dann ganz normal links, rechts, oben, unten und in der Mitte bestätigen kann. So muss ich das zum Beispiel in Amazon bedienen. Bei Netflix ist es überhaupt gar kein Problem, dann Point and Shoot sozusagen zu machen und drauf zu zeigen. Und wenn man sich, das ist am Anfang war es sehr ungewohnt, wenn man das aber einmal drauf hat, so ich zeige einfach mit dem Mauszeiger hin und klick und startet, da gewöhnt man sich so schnell dran und findet das echt angenehm oder ich finde das jetzt eher angenehm. Dann noch eine schöne Sache zu Software. Also softwaremäßig, die Kiste rennt. Was bei mir noch nicht gekommen ist, was die Tage aber angekündigt wurde, es wird ein Update geben und dann bekommt dieser Nano-Zell-Fernseher, weil es die Serie von 2019 ist, bekommt er das Update auf Apples Airplay 2. So und dann ist natürlich, gerade wenn man halt Apple-Geräte hat, ist es natürlich noch mal einfacher, da Zeug auch noch mal drauf zu schmeißen. Aber von dem Smart-Zeug passt das alles. So und auch vom Fernseher aufnehmen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist mal, weil ich nehme eigentlich so gut wie gar nichts mehr auf, ich kann hier auf USB-Geräten Sachen aufzeichnen, habe ich jetzt aber nicht gemacht, sage ich ganz ehrlich, weil, wenn ich so die Wahl habe, das lag auch so ein bisschen am, was im Fernsehen lief. Ach ja, und wenn jetzt einer fragt, wie sei denn das jetzt mit Fußball? Gerade eben war noch das Formel-1-Rennen, eins der spannendsten, ich glaube, Trend der letzten Jahre. Ich war wirklich hin und weg, dass ich es geguckt habe. Auch da, mit schnellen Bewegungen und sowas, gar kein Problem, dass jetzt einer fragt, hat das Ding schlieren? Kann ich drauf Fußball gucken? Natürlich. Aber da kommen wir jetzt auch zum Ende und zur Preisnummer, wo ich sage, für ein 2.000-Euro-Gerät, da muss das Ding ein super Bild liefern. So, und das ist das, was ich hier sage. Mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, dran rumzumotzen, einzig für den Preis, weil ich weiß es auch, es gibt inzwischen genügend Geräte, auch 65-Zoll-Dinger, die auch ein gutes Panel haben, für, sagen wir mal, 1.000 oder knapp unter 1.000 Euro. Da ist jetzt natürlich die Frage, bei dem LG-Gerät, gerade wenn die Leute hören, es ist kein OLED, sind die 2.000 Euro wert? Ich persönlich sage ganz klar, nicht so ganz. Ich würde, ich finde den gut, aber für 2.000 Euro finde ich den noch ein bisschen zu teuer. Da sage ich ganz ehrlich, da würde ich, wenn ich mich für die Kiste interessiere, lieber noch was warten, bis der noch ein bisschen mehr im Preis fällt. Und ansonsten, ich meine, von ganz früher, ich hatte eigentlich nur LG-Fernseher und das Schöne ist, die laufen alle noch, wie das Ding in Zukunft laufen wird, welche Updates der noch bekommen wird. Gerade das mit den Updates, das kann man heute ja nicht sagen. Pixelfehler oder sowas war die Frage, kommt, hatte meiner jetzt nicht, sonst wäre das das Erste, was ich hier dem Gerät um die Ohren geschmissen hätte. Wie gesagt, Bild, Input, alles angeschlossen, es läuft, aber für den Preis muss es das auch. So, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!